Rechsviecher, jetzt vieren die auch noch. Ab in die nächste Gruppe. Weck mich doch mal. Dunkle Portale reißen Löcher in die Realität und lassen Schattenenergie in diese Welt rein. Ach, ich kann nicht rein. Ihr seid bereit, Sitzeste. Ich dachte, man kann öfters rein. Ja, dann geh ich raus, dann müsst ihr alleine machen. Theoretisch müsstest du nochmal rein können. Nicht, wenn sie schon mal so drin war. Achso. Ich war aber nicht so. Ich war über den Browser drin. Dann müsstest du theoretisch nachher mal so reinkommen können. Wir können es auch mythisch machen. Setz mal auf Normal. Lass uns auf HC stehen. Okay, also HC stehen. Und wirklich Normal hier drin. Setz auf Normal. So, dass es theoretisch geht. Das ist ja doof. Ja. Das ist ja doof. Ja. Ein bisschen doof gemacht heute. Beendet das, Helden! Oh, Dreschgang, ja, trotzdem schon mal ein Besieg, ja. Ja, der Dresch ist hier vorne gleich Boss. Das, was da an der Kugel hängt. Da ist ja schon weiter seitens nicht. Sag mal, gibt es irgendwie noch eine sinnvolle Sache, wie man diese Never Splitter noch ausgeben kann? Äh, 900 Autems höchstens nur. 9 oder 10er Items. Oder, ne, die Dresch mit der Flüge. Der Verkäufer, der ist ja quasi weg. Der ist ja umgezogen und der akzeptiert ja nicht mehr, nimmt ja noch die neuen Splitter. Nö. Effektiv gibt es für die Dinger nichts mehr. Das ist ja der Witz. Ich hab, ich hab bei meinem Mage davon über 20.000. Kann er mir nichts mehr machen. Ah ja, ich hab 25.000. Ja. Das gleiche Problem. Okay. Okay. Ich hab das schon weitergemacht. gleich wieder wegnimmt könnte der selbst ausschalten habt ihr noch einen gefunden aber wenn der nicht sein pet demnächst ausmacht dann warte ich die akku gleich nicht mehr zurück gut dass du uns gerade nicht allen aus der range ranz ja sorry ich muss hier irgendwo hinlaufen und das zeug wird noch größer jetzt läuft da jemand mit mir der kann ich nichts machen einfach weiter zu schaden aufmachen mich treffen das Erwischen das nicht. Prost. Hast nur hier gepullt. Was du am Anfang hier vergessen hast. Okay, hat der Fakt gemacht. Von 14 Millionen. Ja, genau. Baum. Geradeaus. Gerade mal überlegen. Da ist eine Kiste irgendwo. Okay, er fängt zur Kiste. Muss ja irgendwo sein. Oder die ist oben. Ich würde sagen, hier links irgendwo, oder? Ja. Frage wo sie ist. Dort Karte würde ich sagen, oben. Wenn du da ranzoomst. Ja, aber wird mir nicht oben angezeigt. Das ist der Witz. Folgt mir! Könnt ihr nicht gleich guterhüpfen? Ich bin dann auch mal raus. Ciao, gute Nacht! Ciao! Gute Nacht! Gute Nacht! Pfff! User disconnected from your channel. Eißkaffee alle! Gute Nacht! Gute Nacht! Truppen in der Nähe des Tempels. Ihre Pläne zu untergraben ist in unser aller Interesse. Außerdem hat Ihr Kommandant hier einen Gegenstand von besonderem Nutzen fühlt. Wir alle beschreiten einen Pfad. Wählt den Eurigen. Versuchte Ihre Motive herauszufinden, um sie aufzuhalten. Nachen! Wir werden Euch zurücktreiben! Ihr werdet unsere Mission nicht gefährden! ... ... Das war's für heute. 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 Irgendwann hat hier geschmeckt. Da hinten. Da hinten. Da hinten ist. ja hinten jetzt da hat nur noch gleich was gebrückt das ist auch lustig ich dachte das große Portal haben wir gemacht so jetzt musst du noch theoretisch nennen wir haben überrannt kämpft beendet diesen einmarsch der theoretisch da sein nein da ist das nächste Portal das ist eine scheißini ja die geht noch es scheint diese Störung erfordert eine persönlichere Note ich nehme mich eurer selbst das sind drei wohl bemerkt zwischendurch springt zum Pantheid und Täter immer wieder vor dem weg gehen teilen sich aber ein livepool Problem ist die Akku kannst du nicht halten von dem Pantheid geht nicht das ist 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 ja ja das ist ins das ist Das wäre gar nicht mal so schlecht Wenn wir ihn ausschalten, können wir es selbst versuchen Sorry, ich habe gerade re-reloaded Ich werde den Weg freimachen, sobald ihr euch um ihn gekümmert habt Wieder Wieder unten Was sagte Max? Vorhin mal Der nächste der jetzt holt Dann bin ich die Akko Und der da in der Mitte steht ist der Boss Den Lichtpullen, egal wie Den Pullen? Okay, warte Kriegen wir hin Glaub ich auch Wir sind Wir sind Wir sind Der Verwak��powered Deborah Wir sind Wir sind Wir sind Untertitelung. BR 2018 doch mal einen schritt weg nein ich muss mit dem ganzen Mist in dem Deck drin stehen ganz gute Idee ich höre euch ins Ziel Vorsicht da kommt so ein Mac Leil im Raum Was kommt im Raum? Da siehst du das am Rand nicht was da so ein lilanes, blaues, keine Ahnung kommt Oh und? Weiß noch nicht was passiert wenn das Ding zusammen geht Hab ich noch nie gesehen, will ich auch nicht wissen Es ist nur dass sich gerade reingefehlt wird und es weh tut Mein Tod hält gar nichts aus Oh, weiter fangt mal Ich spüre große Verzweiflung innerhalb der Gebäuer Komisch, mit meinem Chammi hatte ich hier dauernd dieses Bonus Roll Jetzt hab ich hier das aber nicht verurscht Das ist HC, kein Mythisch Ja und? Ich spürze mit Bonus Rolls im HC Ja 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 Dann müsst ihr den Weg zu Nura freimachen Wir sind dicht hinter euch Der Weg ist frei, beeilt euch Ah, ich bin Bill, ich habe da noch niemand mitgepult Dieses Chaos, diese Qualen, etwas derartiges habe ich noch nie gespürt. Ein Nahrung stürzt nur selten auf diese Art in die Leere. In den wenigen Fällen, die nie bekannt sind, Harald sterblich involviert. Was das wohl zu bedeuten hat? Die neue Gedanken können jetzt warten. Dieses Wesen muss sterben. Etwa. Es zieht den Portalen ihre Energie, die Spächer des Nahrungs wird zu eurer Stärke. Die Spächer des Bugs. Zieht den Portalen ihre Energie. Die Schwäche des Naaru wird zu eurer Stärke. Und noch mal wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich war bei dem Portalen. Naja... Zürich, das muss doch der Mailspread sein, oder nicht? Zieht den Portalen. Zieht den Portalen. Zieht den Portalen.